Auf den Heuberg im kleinen Walsertal wollen sie alle. Die Sportlichen zu Fuß, die anderen mit dem Lift. Der braucht für die 300 Höhenmeter normalerweise gut 3 Minuten. Normalerweise. Aber heute ist Fototag. Das Exklusivpaket mit Kuschelfell, Shampoos und Selfiestick. Für schlappe 80 Euro. Meine Lockvögel Olli und Susi sind auch im richtigen Leben ein Paar. Aber heute sind sie als Herr und Frau Winkler unterwegs. Und natürlich haben sie die Fotofahrt gebucht. Anders als die Fahrgäste, die direkt hinter ihnen einsteigen und trotzdem mit dabei sind. Zwar unfreiwillig, aber dafür haben sie satte 80 Euro gespart. Dafür 80 Euro. Das versauf ich lieber und verfress ich lieber. Kann man machen, aber dann gibt's halt kein tolles Funkgerät, mit dem man jederzeit den Lift anhalten kann, um ein Selfie zu machen. Jetzt Bergbahn, bitte stopp. Stopp, 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 stopp. Herzlich willkommen, Familie Winkler. Schön, dass Sie sich für die Fotofahrt entschieden haben. Danke. Jetzt bitte nehmen Sie sich Ihre Zeit. Aber nicht unten so warm. Was für ein Service. Das Ehepaar Winkler fühlt sich wie im siebten Himmel. Aber nicht, dass sie noch Kinder machen jetzt. Na ja, eben deswegen, ja. Können Sie vielleicht ganz kurz einmal ein bisschen winken, weil Sie sind im Hintergrund? Kann man jetzt mal weiterfahren? Ja. Ja. Dann verstehen Sie Spaß. Fahr, stopp, bitte. Oh, schon wieder? Boah. Ich hab jetzt einmal übel, wenn das so wackelt. Wackeln ist nicht gut, denn jetzt wird gefilmt. Und zwar lange. Oh Gott, da haben wir ja ein paar Pfeifen jetzt. Verliebte Pfeifen, bitte. So viel Zeit muss sein. Oh, sag mal, seid ihr noch ganz dicht, oder was? Das Fotopaket kommt so gut an, dass auch andere die 80 Euro investiert haben. Und die haben sogar ihr eigenes Motiv mitgebracht. Liftstation, bitte stopp. Oh, schon wieder. Boah. Das seid ihr ja. Dann stellt euch mal auf. Kathi, du ganz links. Hier war nicht zu viel Geld. Ja, danke. Luis, kommst du mit nach vorne? Dann hätten wir das gehabt, dann wären wir ja nie mitgefahren. Und ihr ein Stückchen weiter nach rechts? Oh, nee. Das sieht nach nichts aus, nee. Wartet mal, ich wechsel mal das Objektiv. Das ist doch wohl nicht wahr. Dam, 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 da, 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 da. Und dann! Morgen steht in der Nordzeitung Fiat Touristenverein, da muss man ja immer verhungert. Verhungert? Ich würde eher sagen verarscht. So nun, Gas. Weiter geht's, aber nur bis zum nächsten Stopp der Winklers. Stopp, stopp! Wir wollen ganz gerne noch mal nach oben kommen. Wir würden ja überholen, aber es geht nicht. Es dauert noch ein bisschen. Wir sind gerade ein bisschen glücklich. Toll, wir sind auch glücklich. Wie schön, darauf trinken wir. Zum Wohl. Na, Prost. Dass ihr dir im Halse stecken bleibt. Fahrt ja weiter, das kriegt ja nicht Traumkoll. Die Winklers haben weiter gute Laune. Liebe Familie Winkler. Liebe Familie Winkler. Ein Nest des Walser Buntspechtes. Wir suchen so weit den Buntspecht. Einmal Stopp. Fahr weiter, fahr weiter. Weiterfahren. Siehste, genau da hinten. Oh ja. Nicht nur der Specht denkt, ich glaube, es hackt. Wenn Sie jetzt nach links blicken, dann werden Sie Walser Pannenzapfen sehen. Oh ja. Oh. Liebe Familie Winkler. Da Sie nicht mehr fotografieren, geht es weiter bis zu unserem Berufsfotograf. Bei dem Tempo läuft man normalerweise nicht Gefahr, geblitzt zu werden. Bei uns ist das natürlich anders. Machen wir noch ein paar romantische Fotos noch von euch zwei. Oh, wie schön. Jawohl. Mann, Mann, Mann. Ja, lächeln. Gibt es ja kein Blatt, dass wir aufsteigen? Ah, echt. Falling in love with you. Okay. Endlich am Ziel. Puh, die Erleichterung ist groß. Ich freu mich auch so gut. War das was? Es war perfekt, Schatz. Warmung. Wow. Jetzt hörte ich gern noch ein Selfie, weil jetzt sind wir am Gipfel mit dem tollen Hintergrund. Geht das? Super. Super. Schatz, das letzte Selfie. Ja. So, und jetzt glücklich sein und wenn wir es wenden, dann haben Sie hoffentlich sehr viel Spaß. Herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Ja. Ja. Lachen. Sie wollen ab. Das war nach Kanz. Super mitgemacht. Dafür gibt es zwar nicht von Heidi Klum, aber immerhin von Guido Kanz ein Foto für euch. Also, herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Da haben wir gekriegt. Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang.